Im Endspiel der Fußball-Wendmasterschaft, das ist eine Riesensensation und dass wir dem Fußballverstand unserer Spieler und Angriff auf das deutsche Sport über das Neue entdecken. Dass Fritz Alba-Wetter ist und dass das gut für uns ein mächtiger Fritz, das ist ein deutscher Angriff voll. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu 10.000 nach Wern gekommen. Sie sehen jetzt einen Angriff der deutschen Mannschaft, verlieblich zu geben und unter dem Sturm. Groschitz, müssen schießen, nach von Bruttasch, war! So, red, du bist schwanger! Alltså, ich bin jeder! Alltså, ich bin jeder! Leks, ja Deutschland, und jetzt vor! So, das war ja 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 so. Alltså, wir sind auch die Welt! Bis zum nächsten Mal.